Seit Referendum halte ich hier was. Es ist eine Rede gewesen. Bobby Willems, ist es eine Maschine? Alles digital? Das ist das nächste. Sind es diese Lippen hier? Ist es der verrückte Dr. Tod? Wie das Wetter Max Großklein? History. Kann man nachlesen, wer ist da abgelichtet? Er oder sie. Es war damals die Kanzel, fragt der Untergang von New Orleans. Ist auch ein Einschlag in die Kamera rein, als Autrin Hepburn im Gefängnis wen besuchte? Na, Frühstück bei Tiffany. Es ist der Albert Einstein. Was macht man mit der Oma? Ich habe da auch mal ein paar Fragen. Eine Frage des Vertrauens. Herr Schröder. Unter Freunden. Wo sind meine Freunde? Im Fernseher. Das Erbe. Oh, was erbe ich mal? Motherfuck. Und kurz. Europa. Was sind das? Die zwei wahnsinnigen Präsidenten. Und der nächste folgt sobald. Und Verbrechen dreht. Wen meinte ich? Gas reicht eigentlich schon. Und hier lauter Zettel, Spiegel. Die schauen sich nur in den Spiegel an. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Mit der OP, mit Botox und so weiter. An mir kommt da nichts ran. Oder Brust vergrößern, verkleinern. Wer ist das? Der war auch schon. Und natürlich. Die total verrückte Reform. Ah. Haben die einen Schuss, mir das ins Ohr reinzumachen? Lukas, wo bist du?